Hallo, hier ist Naruto1986, herzlich willkommen zu Assassin's Creed 2, zu Part 17 und jetzt machen wir uns auf den richtigen Weg zu Lorenzo, unserem Freund in die Schatzkammer So, dann wollen wir hier hoch Perfekt So Das kann ich eben von dir, ja Du darfst die ruhig hochklicken, ach komm Ich hasse es manchmal, wenn das so was passiert, wenn das so ein Mist hier passiert Also, dann ein ganzes Stückchen hier hoch, perfekt Jetzt schön hier an der Wand entlang Hier hoch, Perfekto Mondo Dann einmal hier rüber Dann einmal hier hoch Und einmal an den Schalter Das war's So Perfekt Perfekt Verbrauch ich kann nicht oben rum, da kann ich einfach ganz normal hier unten durchlaufen Was los So, das heißt, ich kann jetzt dann Hier raus Hier ganz normal hoch wieder Über die Ja Ja, ist gut, Junge Komm Hier Auf den Kronleuchter Dann hier hoch Dann rüber auf die anderen Kronleuchter Von den Kronleuchtern gleich hier hoch und dann hier rein, perfekt Das machst du aber super, Ezio So Hier auch einmal Ja Zurück Ja 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 Für euer großzügiges Geschenk Ich muss gehen Aber ich komme wieder, wenn alle 20 tot sind Oh Mann Das nervt Evan dieses Blöds Ich habe nicht vergessen, was ihr für mich getan habt Ja Viel Glück Ja Ja Eigentlich eine neue Kohle kriege ich hier Boah Schatt mich noch einmal so damit zu tot, Alter So Jawohl So Noch einmal Noch einmal Perfekt Und jetzt der richtige Schatz So So Hier mit dem richtigen Schatz kriegen wir hier noch mehr Kohle zusammen jetzt Super Perfekt Yes 3250 Jawohl Damit habe ich nicht mehr Kohle zusammen bekommen Und jetzt raus hier Los gehts jetzt hier raus mit dir Wahnsinn So So Na Also Perfekt Perfekt Damit haben wir jetzt das erledigt Hm Weißt du was ich jetzt mache Ich geh jetzt hier nach gleich nach Montregioni zurück gleich nach Montregioni zurück So Ah Die Kiste will ich noch mitnehmen Super Perfekt Jawohl So Dann kehren wir erstmal schnell nach Montregioni Ah Ja Drum ist eine Schnellreissystem Perfekt Gehen wir gleich zu der Schnellreisestation hin So Weil dann gehen wir jetzt schnell nach Montregioni zurück Und Und Ja Was machen wir ohne Montregioni Wenn wir nämlich jetzt hingehen So So Weg 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 alle mal weg hier So So Und Und steht hier zu Kern verdammt Ah ja hier hin Perfekt die will ich nutzen natürlich Und Montregioni wieder Natürlich 100 Da geh ich jetzt zurück Wird jetzt ein bisschen die Villa renovieren Und wenn wir da das Familienkrab machen können machen wir auch das Familienkrab So Los geht's Ja Mir kann es machen es zeigt an Das Familienkrab zeigt es an Aber Ich weiß man muss jetzt die Statue ja auch noch mitnehmen Ich muss noch mal die Kunde Und Rosmarinpackungen gegen eure Hühneraugen Ah ja schön für dich Ah der Arzt war ja hier Kräuter was heute Stimmt Ja Da muss ich kurz mal in Apotheken bei der Füder auffüllen hiermit So Danke Das haben wir jetzt dann gehen wir mal hier weiter Oh man Oh man Ich mal komm ob ich irgendwie hier noch vor und hier Eine Statue noch finde Die letzte Oh man Wenn er dann das muss Ja Ja Ach die Hunde uns dann immer dann später wenn wir sie nicht finden Hm 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 Oh man Hm Hm Okay Okay Jetzt Äh was Hm 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 Verstand verloren gibt es hier vielleicht was okay ist das nicht verboten Neu Quatsch wir machen es anders besser ist es wenn es nicht ein Problem ist Neu uns anders hier ist gerade anders überlegt wir machen es lieber gleich andersrum weil ich will da ein extra part machen Bingo wir haben die jetzt Trophäerhalt ja Bingo wir haben jetzt die letzte Statue perfekt dann können wir auch gleich hingehen und können gleich das jetzt hier beenden hiermit und können gleich die ja wir haben jetzt die letzte Statue dafür gefunden Gott sei Dank das war jetzt ein richtiger Dusel ich wollte da eigentlich gar nicht hin aber Gott sei Dank bin ich da hingekommen weil so haben wir jetzt dann die letzte Statue ich habe jetzt die letzte Statue gekriegt finde ich genial perfekt die letzte Statue endlich perfekt die letzte Statue endlich die historischen das Familiengrab der auditoren die auditoren der auditoren der auditoren das die auditoren was von mir gab der ja ok ich hab's der so jetzt habe ich genau das was ich wollte tun dass es gerade nicht weiter ging für diesen Augenblick aber jetzt machen wir weiter weil ich habe mir kurz gerade was ausdenken müssen wie man das jetzt am besten jetzt am besten beschreiben ja naja das geht nicht auf das hier das können wir hier gleich mit hier hin machen haben wir jetzt gleich die abgetrennt schonmal dann machen wir jetzt zwei dann holen und fangen jetzt an die Villa zu renovieren perfekt aber erstmal holen wir uns das ganze Geld von claudia zu dir komme ich gleich mein Freund naja natürlich nehme ich das alles hier mit danke wow ja salute saizio sollen wir uns die liste anschauen oh ja bitte machen wir mal kann ich gleich mal ein bisschen was renovieren hier äh ok dann machen wir erstmal hier Trophäe erhalten Trophäe erhalten Handwerker ok dann hier machen wir erstmal hier die Kleinteile hiervon hallo ach so geht gar nicht mehr haben wir nicht mehr hm ok wir haben nicht mehr genug Kohle dafür naja gut dann fangen wir erstmal hier mit den ganz kleinen Teilen hier an oder was ist das hier auch drei hm das ist auch ist hm viel wir haben nur so viel das langt nicht hm gut dann renovieren wir hier noch müssen was mit Nein Tut mir leid, ich muss noch mal Ja bitte, machen wir noch mal Ich will noch mal kurz was gucken hier Ich hab noch nicht richtig geguckt gehabt hier bei der Ah ne, das langt man, wir haben zu wenig Kohle Okay Dann haben wir jetzt hier wieder ein bisschen was Weil ich hab ne Idee Weil ich werd noch weiter Rüstung und alles kaufen Was so geht und so Aber ich steck das jetzt alles Momentan Erstmal alles in die Renovierung rein Bis die ganze Dinge renoviert ist Weil dann krieg ich mehr Geld Und dann kann ich mir aber trotzdem Zwischendrin trotzdem noch Rüstung und Waffen kaufen Aber Ich werde jetzt erstmal mein ganzes Geld Auch erstmal sehr viel in die Renovierung reinstecken So, dann lege ich gleich die nächsten Federn ab So 50 Das ist der Wert hiervon gestiegen Perfekt So, delay Dann machen wir jetzt wieder Dann gehen wir gleich mal in Ne Quatsch, da komm ich hier raus Da will ich ja noch gar nicht raus Nochmal kurz nach oben Hier entlang Äh, warte Doch, ich war richtig hier entlang will ich So Und gehe an die Codexwand und werden dann gleich hier die ganzen Codexe erstmal anbringen hier Dass ich hier noch ein paar Codexe mehr angebracht habe, weil das kann ich jetzt so nicht lassen dann Perfekt Und Dann Beende ich jetzt hier den Part Wir sehen uns im nächsten Part wieder, euer Naruto 1986 Ich freue mich wenn ihr wieder dabei seid Schaltet Ein Und Abonniert meinen Kanal, gebt einen Daumen hoch, ich werde mich sehr darüber freuen Und Ich wünsche euch noch sehr viel Spaß bei Assassin's Creed 2 Das war jetzt Part 17 Und wir sehen uns gleich im nächsten Part wieder, ciao, bis gleich